Seit der Trennung von Julian Klaassen hatte sich Bibi zurückgezogen und hält sich sehr bedeckt. Kaum einer weiß, was gerade bei ihr so los ist. Bis auf Julian Klaassen. Dieser hat wegen der gemeinsamen Kinder noch Kontakt zu Bibi und plaudert jetzt ein pikantes Geheimnis aus ihrem Privatleben aus. In seiner neuen Instagram-Story verrät er nicht nur, wieso es kein Trennungsstatement mit Bibi gab, sondern auch, dass seine Ex definitiv vergeben sei. Die Trennung ist mittlerweile 1,5 Jahre her und wir sind beide glücklich neu vergeben, gibt der Influencer-Preis. Ob er das mit Bibi abgesprochen hat? Schließlich hat diese ihre neue Beziehung bislang nicht offiziell bestätigt. Julian Klaassen gibt auch Preis, um wen es sich bei Bibis Freund handelt. So soll seine Ex glücklich mit Timothy hellliiert sein. Dies wurde in den vergangenen Monaten aufgrund von zahlreichen gemeinsamen Bildern von Bianca Klaassen und Timothy bereits vermutet. Klaassen und einige grupos betätigt. Was ist da, war sie iterate, ob er es hat und wir sprechen. Oh, voll, quá Trennung. So sollarsi, mich enthalten und wir in den vergangenen Darling-Din-Sachen bem online